So, wenn ihr dann euren Film exportieren wollt, setzt ihr wieder einen In-Point und einen Out-Point mit der Taste I am Anfang und der Taste O am Ende und dann geht ihr auf Datei, Exportieren oder Steuerung M und dann gibt es hier dieses super tolle Preset, ihr geht erstmal Format dnxhr und dann Vorgabe gibt es hier dnx. hr, hqx und dann eure Auflösung, also wenn ihr jetzt auf 4k aufgenommen habt und 50 Frames, dann geht ihr auf dnx, hr, hqx, 4k, 50, ihr exportiert auch erstmal auf 50 Frames, obwohl das nicht Kino ist, das ist euer Master quasi und vom Master macht ihr dann nochmal eine Version mit 25 Frames und vielleicht auch nochmal eine private Version mit 25 Frames. Und nur HD, damit ihr aufs Handy passt oder so. Aber ihr habt auf jeden Fall zuerst mal diesen Master, der einfach beste Qualität hat und viele Frames. Und für den nicht Master, das könnt ihr euch auch nochmal, also das könnt ihr euch eben dann vom Master selber nochmal exportieren, dann in einem, äh, als dnxhr, hqx eben mit 25. Und dann die Privatversion, äh, indem ihr halt eine MP4 einstellt und einfach worauf ihr Lust habt. Aber ja, zuallererst ist es eben wichtig, dnx, hr, hqx, 4k mit eurer Grundauflösung, äh, Grundframerate, also 50 oder 60 Frames. Und dann nochmal mit 25 für die Gala, weil 25 ist dann Kino und 50 ist nicht Kino. Das, äh, hat einen ganz anderen Look, wenn es so viele Frames sind und, äh, das hat keinen filmischen Look, sondern das ist eher so Sport-Event-mäßig, da werden so viele Frames übertragen. Genau, dann gebt ihr dem Ganzen noch einen Namen und einen Dateipfad bei Ausgabe hier, wo ihr es hinspeichern wollt und als was ihr es hinspeichern wollt. Ihr könnt noch hier maximale Renderqualität verwenden, anklicken und ansonsten könnt ihr hier absolut alles gleich lassen. Mit einem, mit einer Ausnahme, das hätte ich fast gerade noch vergessen. Äh, also das hätte schon gepasst hier mit dnx, hr, hqx, 10-Bit, aber die Vorgabe war 12-Bit. Ähm, aber das gibt es leider in Premiere nur mit, äh, RGB 444. Aber das sollte nochmal eine höhere Qualität sein, weil, ähm, das hqx, äh, Format mit 12-Bit, das die Vorgabe war, ist 422, also da ist nochmal Farbkomprimierung vorhanden. Und 444 ist einfach unkomprimiert. Äh, also wählt ihr dann das hier noch aus, dnx, hr, RGB 444, 12-Bit. Und, äh, dann sollte wirklich alles stimmen. Dann könnt ihr einfach auf Exportieren klicken und dann wird das das Ganze anfangen auszurechnen. Und, äh, das wäre dann auch das Ende dieser Tutorial-Reihe. Äh, die ist jetzt schon sehr viel länger geworden, äh, als ich gedacht hab, aber, ähm, und auch nicht ausführlich dafür. Aber ich hoffe, es war trotzdem einigermaßen komprimiert. Und, äh, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch immer gerne an mich wenden. Und, ja, dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Schneiden und man sieht sich aller spätestens zur Gala. Äh,�� Vielen Dank.